hallo guten morgen wir haben heute endlich mal wieder normal geschlafen endlich mal wieder am seitenrand der straße und wir sind gerade unterwegs und sind hier gerade an der weinstraße hinter uns steht ein ganzer schwung hühner mit hahn der heute morgen natürlich auch uns schach gehalten hat der zweite ja und weil es jetzt hier so nah ist haben wir auch mal eben rüber nach frankreich und holen uns was käse und ein bisschen ein paar leckere leckereien das ist ja wahnsinn man ist hier in europa schwuppdiwupps bist du hier in allen ländern drüben in nordamerika haben wir in einer der vier drei länder besucht also supermarkt in frankreich ist einfach nur genial ich muss ja sagen so als wochenend oder mal so zwei drei wöchelchen camper ist so neunziger vollkommen geil nicht für eine weltreise da wären wir ein bisschen zu klein aber so hier für europa ein bisschen rum zu heizen voll gut und schwuppdiwupp über den rhein wieder in deutschland hat ja ein bisschen faszinierend sobald man die pfalz verlässt ist es auch schon wow, 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 falke auf der straße ähm fängt es direkt an zu pissen, aber jetzt sind wir aber fast da die nächste morgen hallo, guck mal, die sonne ist wieder da und wir sind jetzt hier bei sabine und micha hermann unterwegs und hier steht der alte hermann tata gucken wir doch mal was der neue hermann macht ich finde, das sieht schön aus oha oh, da kommen die saufkumponen live und in farbe und der zählte, das war ein bisschen verkratert guck mal, wer da kommt hallo guten tag guten abend guckt ihn euch an, ein Iveco 9016 richtig? ja ich bin total fasziniert von diesen LKWs, die sind echt mit schon einem Fenster wieder auf dieser Seite mit einem Fenster so ein richtig schönes Fenster ja cool aber keine Angst, für uns ist das viel zu groß wir wir könnten ja den Willi hinten drauf packen der würde da, da würde da extrem gut drauf passen genau einfach wenn man mit dem Land Rover um die Welt fährt, stellt man ihn am besten auf ein Iveco, dann kommt man auch weiter hier stehen auch mega viele LKWs rum und jetzt müssen wir natürlich auch mal eine kleine Spritztur machen und der Micha zeigt mir jetzt mal wie man LKW fährt dann drehen wir mal eine Runde ja ich bin noch nie LKW gefahren, haben auch keinen Führerschein also mach doch den Fahne passt das ist die Bremse das ist die Kugel genau ein kurzer Aussetzer der ist schon mal jetzt da ist kein Gang drin okay ähm dann machen wir mal an andere Seite rechts ich sollte mal ein Lenkrad drehen da ist wahrscheinlich eine Lenkrad-Sperre so geht nicht ne ja ah na zu schwer oh oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh Gott die Autos sind alle so teuer oh mein Gott will ich da irgendwas rein dünn aber der Wende greift ja eine Bremse ja das stimmt aber boah oh ich fahr boah das erste Mal LKW fahren selber fahren ja vor allem ich fahr gerade hier eine Freierfahrt ja krass ja es ist zumindest dabei geht das Reise okay okay aber ich muss sagen es ist super komfortabel ja ne ach ach wie ist es? ja als Feuerwehrfrau ja als Feuerwehrfrau ich bin jetzt für den nächsten Brand stehe ich da auf der Matte bei den Feuerwehrleuten ja ja genau zwei vergang ja Handbremse ist noch drin oh und wie ist es wieder? fett ich kann sie jetzt direkt schon in den dritten also zweiter ist eigentlich noch zum Anfahren aber das erste Mal LKW ich das ist der Hammer wenn ihr mal irgendwo LKW fahren könnt geht LKW fahren das ist total geil jetzt echt ohne Scheiß den Schlüssel hab ich noch Micha das war schon mal mega geil ja oh Gott wir sind viel zu hell jetzt gibt es noch den blauen hier 9016 quasi das Grundmodell vom neuen Hermann einer richtig Spaß das ist halt auch nicht so ein riesen Motor wo direkt halt ja ne ja ja wo direkt das Gas nach vorne fällt ach jetzt bin ich dran auf Achse hier mit früher mit Dings das ist echt weh das ist ganz du hast auch nicht diese Massigkeit vom Gefühl das ist voll schön so jetzt gibt es erstmal Tracker Mittagessen hast rein Döner und nach dem Essen da ziehen wir erstmal die Gewinner für die Adventure's Housework Tickets ui dann haben wir noch 2x2 mhm mhm krass was ihr so alles habt ja Ulrich Dolde Ulrich zeig dir mal bitte dein Buch also wenn ihr was selbst ausbauen wollt ist das glaube ich die beste Anleitung die man so finden kann ja und ich möchte sie euch gerne schenken ja vielen Dank da können wir uns bestimmt mal ein paar gute Tipps rausziehen ja ja hoffe ich doch nicht stark ne weil es ist nicht nur für LKWs sondern auch für Landys und Konsorten und Ranges und wie sie alle heißen perfekt ich schreibe euch noch eine kleine Widmung ein ja sehr gern auf jeden Fall also Michael macht das Bild cool so guck mal das ist unser Schlafplatz gewesen heute Nacht das war wunderbar es hat tierisch geregnet und wir haben hier unter diesem Ding geschlafen neben einem orangenen Landy Sweedie Sweedie Bär wir müssen unsere Tickets verlosen wer unter diesem Bild hier ach jetzt habe ich hier kein Internet wir müssen mal anders hingehen wer unter dieses Bild hier auf Instagram Eurovilly kommentiert hat der hat jetzt die Chance oder 2 haben sogar die Chance Tickets für die Adventurers Housewives zu gewinnen nächstes Wochenende unten in der Nähe vom Bodensee und jetzt machen wir hier wieder unseren Generator an random picker pickt und die Spannung steigt und die ersten zwei Karten gehen an Jürgen Wohlfahrt du kriegst eine Nachricht bei uns bei Instagram und der zweite werden jetzt gepickt und es ist Rebekka Rehmann Eurovilly auch du kriegst eine E-Mail auf Instagram Herzlichen Glückwunsch Herzlichen Glückwunsch Herzlichen Glückwunsch an Jürgen und Rebekka viel Spaß und wir hoffen wir treffen euch da und dann bis zum nächsten Wochenende Und ich sage, der Weg lohnt sich. Und wir fahren jetzt wieder nach Hause. Wir haben uns hier viele tolle Sachen angeguckt. Und danke an Hermann unterwegs und bis bald. Tschüss.